Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu ProAurum TV, herzlich willkommen hier vor dem Goldhaus der Unternehmenszentrale von ProAurum in München. Die positive Geschäftsdynamik aus 2011 setzt sich auch in diesem Jahr fort. Wir haben als Unternehmen überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass die enorme Nachfrage nach Edelmetallen und Minenaktien auch in den kommenden Monaten und Jahren anhalten wird. Ganz im Gegenteil, ProAurum expandiert weiter. Erst kürzlich haben wir eine neue Niederlassung in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf eröffnet. Unsere Kunden erkennen zunehmend die positiven Diversifikationseigenschaften der Edelmetalle. Sie verfolgen also immer seltener kurzfristige Spekulationsziele, sondern nutzen Edelmetalle als Versicherung fürs Vermögen. ProAurum ist der festen Überzeugung, dass die Jagd auf höchste Renditen nicht mehr im Vordergrund stehen darf, sondern der Vermögenserhalt. In dieser Ausgabe von ProAurum TV wollen wir Ihnen darlegen, was wir unter intelligentem, vermögenserhaltendem Anlegen verstehen. Die Menschen sorgen sich um ihr Erspartes. ProAurum nimmt die Verantwortung ernst, Werte zu bewahren. In den Beratungsgesprächen gehen wir auf individuelle Kundenwünsche ein. Was macht für Sie eine intelligente Beratung aus? Um eine intelligente Beratung gewährleisten zu können, müssen Sie natürlich Fachleute haben, Fachkompetenz, das, was ProAurum einfach gewährleisten kann. Wir haben Mitarbeiter, die in der Beratung jahrelang sich mit dem Thema Edelmetalle und dem Markt an sich auseinandersetzen. Ich hätte gerne meine Edelmetallstruktur wieder aufgebessert. Also zur Altersvorsage oder zur Vermögensoptimierung? Nein, zur Vermögensoptimierung bitte. Wie sieht für Sie eine optimale Portfoliostrukturierung aus? Sie sollte sich orientieren am Kaufkrafterhalt und zweitens an der persönlichen Liquiditätslage, dass man da oder dort vielleicht für die nächsten sechs Monate über so viel Mittel verfügt, dass man dieses oder jenes, was einem also als notwendig erscheint, bezahlen kann. Grundsätzlich empfehlen wir derzeit 20 Prozent in physisches Edelmetall zu halten, 80 Prozent in Gold, 20 Prozent in Silber. Eine Beimischung von Platin, Palladium könnte man dann auch noch nehmen. Das kommt eben auf den Anlegertyp darauf an. Schwerpunkt sagen wir aber 80 Gold, 20 Silber. Und von der Stückelung her gesehen, eben wenn er ertragsorientiert ist der Kunde, legen wir den Fokus eher auf größere Stückelungen, weil es auf Geld einfach nicht so groß ist, ist der Kunde mehr chancenorientiert, würden wir zum Beispiel auch den Silberanteil etwas höher gewichten. Das ist dann wirklich bei jedem Kunden individuell zu bestimmen. Welche weiteren Produkte bietet ProAurum an, die das Portfolio abdecken? Wir haben unter anderem den ProAurum ValueFlex, der momentan 30 Prozent in physisches Edelmetall investiert ist, so 70 Prozent im Edelmetall- und Rohstoffmarkt in Aktienform. Und für die sammlerorientierten Kunden haben wir die Numismatik-Abteilung, die eben individuelle Sammlerstücke auch anbietet. Zweimal eine Unze Krügerrand und 329 Euro bekommen Sie zurück. Warum vertrauen Sie ProAurum bei der Vermögensanlage? Das sind mehrere Dinge. Erstens einmal ein sehr gut ausgebildetes Personal. Man kann viel fragen, kriegt auch sehr gute Antworten. Als zweites der schnelle, unkomplizierte Einkauf, aber auch der Rückkauf. Und was ganz wichtig ist, neben den ganzen Dingen muss ich auch immer an die Lagerung denken. Und die ist hier im Hause gesichert.